Wie sagt man so schön, steht das Essen bereit, ist wieder Ibo-Zeit. Und in diesem Jahr erleben wir eine echte sportlich-kulinarische Weltpremiere mit ihm. Hallo Nick, erst mein Name ist Vital Heine, Trainer VWB Friedrichshabe. Und normalerweise spiele ich mit Bällen, lasse ich Leute laufen und habe dort alles unter Kontrolle. Aber für die Ibo mache ich etwas Besonderes. Ich gehe in die Küche und ich bin nicht der Beste. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche ganz viel Hilfe. Aber an jeder kann ich versprechen, wir gehen dort ein super weltliches Gericht machen. Das schmeckt unglaublich gut. Ich hoffe, dass ich es euch zeigen kann auf dem ersten Tag von der Ibo-Messe. Bis bald. Erleben Sie live die XXX Lutz Koch Arena auf der Ibo Friedrichshafen.